ich habe nicht meine chance gehabt das zu blocken was für ein dreckiges spiel was für ein dreckiges spiel magie gestiegen wozu ich jetzt eine rauchen da gehe ich hartes kaputt beruhigt ich hasse dieses spiel trotzdem kann nicht sein die ganze arena müssen wir mal fertig spielen ich weiß nicht ob man die für dieses geheime ende braucht weil ich finde ganz ehrlich auch das spiel so wie king dem hart müssen halt für durchgespielt werden komplett wirken da so viel mühe rein da sachen nicht fertig zu machen aber ich finde eben nicht respektlos aber man sollte schon würdigen wie viel arbeit das wird noch nicht auf veteran spielen wenn es mir nur darum geht einfach nur durchzuspielen dann wäre ich schon bald durch ich hätte es so easy gemacht und fertig ich werde es so etwas tun Oh, hallo. wo ist die letzte und jetzt res gebe ich jetzt noch die es gar nicht so schlecht ja nice ich habe ich habe die grätsche das war die grätsche wäre das andere ich hab es echt geschafft ja alles easy kann man auch keine probleme mit haben weiß ich warum man sich für das müssen müssen also speichern bevor es weg ist das war nämlich ganz schön knapp wo jedem das gemacht habe er hätte nämlich fast also weg gehauen also ich mal gucken was dieses schallgeräte ist ok ja das lasst mich bloß ach finale kommt auch noch gegen herrkula es kommt dann bitte dann bitte schwert gegen schwert gewinne gegen den mysteriösen soldaten nein ich kenne schmerzen schmerzen das war nicht alles oder niemals das finale das ist der cool Was hat sich in ihm gefallen? Es ist nicht ich. Was? Ich mache das nicht. Er ist kontrolliert. Also, was denkst du? Du möchtest meinen neuen Superwarrieren? Hier, das ist die Macht der Schmerzen. Könnte sein sein, aber trotzdem könnte. Wenn du dich aufbauen kannst. Ich werde es aber sagen. Hades! Du warst nur mich spielten. Die Schmerzen wird mich nie haben. Dann helf mir. Du musst... mein Herz frei lassen. Jetzt wird der Kampf schwer. Halt! Stopp! Hallo! Stopp! Hallo! Ich krieg hier nur einmal geschlagen und verendet. Nein, nein, nein. Hör auf! Wie? Das sind so unblockbare Attacken. Hä? Soll man das nicht schaffen können? Ich weiß nicht. Und ich habe das Gefühl, man soll da sein. Aber ich habe das Gefühl, man soll da sein. nicht schaffen können. Oder ich hab noch zu wenig Leben dafür. Hier gibt es noch eine Nachwärmstunde. Wie viel soll ich denn hier noch kämpfen? Ich glaube ich muss das schaffen. Oder halt mehr Leben haben. Oder noch mehr Damage machen. Ja, ich mag dich nicht. Muss ich denn nicht alles von vorne machen? Das ist der ganze Fight nochmal. Nein, jetzt. Du bist fertig! Komm schon! Willst du etwas? Komm schon! Du kannst du nicht erinnern! Komm schon! Du kannst es nicht überrascht! Komm, 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 komm. Nein, nein, weg, weg. Nein, nein. Es ist nicht möglich. Oh, ich... Geh trainieren. Scheiße. Jetzt kommt es nach jedem Level ab, gehe ich jetzt wieder hin, so guck, ob ich das schon kriege. Ja, aber ich glaube, ich kriege halt echt zu viel Schaden, deswegen eigentlich soll ich die Attacke gar nicht killen. Das ist warum in dem Spiel trainieren wichtig. Du schützt deinen Blutdruck und deine Zeit. Ja, hau die Vase, sie könnte sich verletzen. Ja. Das ist sehr schön. Ich muss das machen. Ja! Ja. 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 Das war's. Ich krieg jetzt noch mal ein bisschen mehr Leben oder so. Oder mehr defensiv bereichert. Sieht halt schon mega cool aus. Das war's. Das war's. Das war's für heute. Also quasi ein so ein Durchlauf von dem Gebiet und dem anderen Gebiet geben mit 300 Erfahrungsfunkte. Ich greife halt nur einer. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.